An dem Tag bei 5 Grad vorm Zelt, auf einmal erschrecke ich mich zu Tode, weil ich höre, wie jemand kommt, aber ich sehe niemanden. Plötzlich steht ein riesiger Braunbär 20 Meter von uns entfernt, dachte ich zumindest. Ey Leute, es war ein Wildschwein, ein riesen Wildschwein. Ich habe noch nie so ein riesiges Wildschwein gesehen.